Na toll Das glaub ich zumindest Ich weiß es nicht Aber das ist doch nix Läuft bei uns Wieso spiel pausiert Also was für eine Explosion Das war damals Das war wirklich der Damaskment Ohohohohohohoh Ohohoh ohohohohoh TOM Loch Die mögen uns nicht Ohohohohohoh So Darfst du uns doch unten hier oben nicht Wir sind kein Leipzig Kannst du kommen? Oh oh, der fliegt zu uns rüber Oh Oh Ich bin doch oben hier So, Entschuld Was ist denn da? Fahrzeuge können zerstört werden, wenn? Was ist denn da? Wenn man auf den Deckel da schießt Welchen Deckel? Ja, diesen umeren Deckel, wo die hier reingehen War das von mir oder von dir? Von mir Was ist denn da? Danke Glaube ich Das hat mir er sehen Oh, ich habe hier gerade auch erfolgreich eine Familie zerstört Eine Familienplanung sprechen doch, meinst du? Ja, sowas Hinten ist noch ein Scharfschütze Hinten war ein Scharfschütze Boah, da müsste nochmal einer sein irgendwo Ah, da unten auf der Straße Ich glaube das war's Jetzt kann ich auch wenn ich das Munition mal aufsammeln hier So, wo müssen wir jetzt hin? Ähm, ich kann es nicht so sagen Ah, da hinten ist ein Punkt Wir müssen wieder zurück Wir müssen wieder zurück Oh, da unten sind wir hier Ja, schütteln aber wenn du drauf bist Ja, schütteln aber wenn du drauf bist Da drüben! Niemals Aber, oder vielleicht doch Ich komm mit irgendeinem Deckung Also, ich lauf da wieder hoch Also, ich lauf da wieder hoch Also, ich bin gleich tot Wasserplatz Du kannst dich doch nicht nach vorne setzen Dann kommen wir doch nicht mehr vorbei Sorry, ich muss mich hier auch gestecken Nicht nur du So, der Scharfschütze ist wenigstens mal weg Boah So ein Scharfschütze da oben Komm raus Scharfschütze Läuft bei dir Läuft bei dir Ja, Mann, es läuft so Ja, Mann, es läuft so Laubarm das Bein runter Okay, das war wirklich Ähm Wir schießen noch irgendwelche Echt? Auf mich nicht? Ja, ich hör's so ganz leise Aber ich würde mich erstmal hier vorwarten Nimm mich mit Ja, komm doch mit Einen, die wissen Einen, die wissen Ja, wir kommen jetzt von da vorne Ja, wir kommen jetzt von da vorne Ja, wir kommen jetzt von da vorne Ja, da hinten ist doch ein MG Der ist auch weg Ich wag mich mal raus Boah, Scharfschütze auf dem Dach Ist weg Ist weg Ich muss sagen, ich habe ein langes Level hier Ja Naja Oh, Scharfschütze auf den Dächern Oh, oh Noch einer auf dem Dach Oder was? Ah ja, da oben im Fenster Ist weg Läuft Läuft Ich darf flüssig Ja, leider Ja, ja Wow, nice Bigfoot Längster Schuss 228 Nice Dann würde ich mal sagen Geh mal weiter oder Lass mal's bleiben Nee, das macht grad zu viel Spaß Genau, ich kalt von Schüssen mit Zielfernrohr 75% Also, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten Hä Ey, kommst du zum Beispiel mit dem Äh, äh Ich bin gar nicht Mit der Bär auf der Eingewalt Pssch Zeitverschrift Ich begab mich zum Opernplatz Wo Schweiger gefangen gehalten wurde Mein Auftrag war, ihn zu töten Aber jetzt versuchte ich Seinen Arsch zu retten Komisch, wie sich alles ändern kann Aha Aha, aha, aha Aha, aha, aha Aha, aha, aha Warte auf Antwort deines Partners Schatzii Hehehehe Okay, gut Nein Mann, äh Ähm, hast du es überhaupt mitgekriegt? Mit der Waffe kann man jetzt mal, äh, Zweifachranden suchen, ne? Ja Mit dem Musschen mal kann Ich weiß nicht, ob es die mal kann Ich weiß nicht, ob es die mal kann Wer ist die irgendwie? Äh, ist das nicht die Straße, wo wir beide leer sind? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich bin mir nicht sicher Ein Milli-Sekunde vor mir ausgeschossen Eine Milli-Sekunde Ein Milli-Sekunde Wetter-Stattung Dach, danke Ich behalte Danke 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Töte den Schafschützen! Der Schafschütze! Ah, ich hab mal wieder Kopfschuss! Yay! Ich auch! Aber mit der Thompson! Yay! Ey, ich hab die Thompson-Ska! Ah, nee! Letztens mal, da hab ich irgendwie was anderes, statt der Thompson aufgesammelt. Überhaupt nicht weiter! Oh! Achtung! Granate! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Mist, ich hatte nur eine MP4 Äh, MP40 Also ich hab ein Problem, ich hab jetzt nur noch die Sniper Ich glaube, da sind keine mehr Ich bin mir nicht ganz sicher Ich bin mir nichtили Wow, 227 Meter. Läuft! Hey, du beschliffst hier. Ein Tier, der Kerl. Der Kerl, der Kerl. Ah Ah Wie kann man denn da hoch? Wo steh ich denn für mich? Hey Ja, komm mal zu mir Put 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 Sniper-Lite ist allgemein so dass du nie direkt irgendwo hinkommst sondern du musst immer irgendwelche Umwege laufen Das ist doch Wo 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 So Sag mal wir haben irgendwie Ballettschuhe an So Steppschuhe Jawohl Leichten Klang Das ist doch völlig zu Oh oh Das soll doch getötet werden, egal ob von uns oder von denen, oder? Mach ich doch immer Mach ich doch immer Ich weiß es nicht, ich glaube Müsst du den retten? Alter, du sitzt genau vor mir Boah Alter So Ich kann hier an irgendein fahren Man Ach du, das ist der Typ! Gurdl, wie kommst du jetzt da hin? Ich hab jetzt gerade gesagt, dass du dich im V2 geteilt hast. Yeah! Was bei dir, würde ich sagen? Ah, da hat mir eine blutige Rase verpasst.